So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist gleich 23 Uhr und ihr wisst, was ist jeden Abend 23 Uhr? Genau, der Ramses macht Geschenke. Und es wird so oft darüber geredet, ich sage immer am Montag im Stream, ich kann nur bis 23 Uhr machen, denn ich muss ja noch Geschenke machen. Jeden Abend, ich mache Geschenke. Wenn jemand fragt, wann öffnest du mein Geschenk? Ich sage immer, ich mache Geschenke immer erst ab 23 Uhr und wie ich Geschenke mache, wie das aussieht, wen ich öffne, wen ich was schicke, wen ich auslasse, wen ich lösche, wen ich drinlasse, wen ich ette, alles. Das ist alles mit Taktik, da steckt alles, was dahinter, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Deswegen habe ich diesen schönen Hintergrund gewählt mit den Geschenken. Ich fange jetzt kurz eher an, weil ich durch das Zeigen vielleicht länger Zeit brauche. Ganz wichtig, Grüße gehen raus an Julchen. Ich habe hier das Gottscha, das Gottscha Evolve. Das hilft mir ganz ungemein beim Geschenke machen. Denn wie ihr alle wisst, dreht das automatisch Stops. Das fängt auch automatisch, beziehungsweise ist es jetzt natürlich nur auf Stops eingestellt. Denn wichtig ist, wenn ich in der Freundschaftsliste bin, sorgt das Gottscha dafür, dass ich ständig mit Geschenken beliefert werde, bis ich 100 Stück verschickt habe und mir die Geschenke sozusagen nicht ausgehen. Wenn ich immer wieder ein Geschenk bekomme, was ich eben wieder immer wieder verschicken kann. Ich habe jetzt in meinem Beutel Platz gemacht. Ich habe jetzt 1400 von 3000 Items. Ich habe alle Tränke, alle Beleber, alle Bälle, also alle Pogebälle, alle Superbälle weggeschmissen. Das mache ich immer so. Denn durch das Drehen der Stops habe ich danach bestimmt wieder 700 Pogebälle. Jetzt habe ich 0, danach habe ich vielleicht wieder 700. Das können wir uns dann angucken. Und ja, dann würde ich sagen, ich verbinde jetzt mein Gottscha mit meinem Handy, gehe in die Freundschaftsliste und ab dann seid ihr dabei, wie ich das mache in der Freundschaftsliste, wie ich vorgehe. Wenig öffne, wenig zulasse, wenig überspringe, was ich da überhaupt mache. Und mal gucken, ob ihr euch seht in der Freundschaftsliste, ob ihr auch dabei seid. Jetzt muss ich erst mal auf mein Handy drücken und drücke ich natürlich auf das Gottscha, mischiere mal runter, damit das irgendwas macht. In der Hoffnung, es findet sich und verbindet sich. Und es ist verbunden. Erfolgreich verbunden. Jetzt klappert das hier rum, das braucht man nicht mehr, das können wir also zur Seite packen. Ich blende jetzt meinen Bildschirm ein. Zack. Und ihr seht, weil das lustig dreht, kommen jetzt hier oben immer die Items rein. Das ziehe ich mal hier hoch. Ganz früher habe ich es so gemacht. Ich bin erst mal auf die Sortierung gegangen, bin auf Geschenke. Wenn ihr das so anzeigt, zeigt es ihr eigentlich oben alle Leute an, die euch ein Geschenk geschickt haben. Wenn ihr nach unten sortiert, zeigt es euch alle Leute an, die kein Geschenk geschickt haben. Dann habe ich mir immer erst die Leute, von denen ich kein Geschenk habe, angeguckt. Wenn ich nichts schicken kann, wir keine Interaktion hatten, sonst was, sind die rausgeflogen. Ihr seht bei dem, ich kann nichts schicken, aber wir hatten eine Interaktion. Wir haben heute interagiert, alles okay, er ist safe. Das wäre so ein Fall, except einem Jesus, von dem habe ich kein Geschenk. Das Zeichen sagt mir, dem habe ich schon länger eins geschickt. Ich kann bei ihm nicht öffnen. Ich kann ihm auch keins schicken, weil er immer noch zu hat. Zusätzlich steht ja eh da, dass er vor mehr als zwei Tagen aktiv war, wäre einer, der sofort rausfliegen würde. Das ist aber CM Punk, der ist ja eigentlich Mod, der nimmt gerade eine kleine Auszeit. Da möchte ich mal ein Auge zudrücken. Und ich glaube, geht es momentan wieder? Nein, es geht nicht. Ihr seht, die Sortierung ist sinnlos. Weil hier sind zwischendurch Leute mit Geschenken, dann wieder ohne Geschenk, dann wieder mit Geschenk. Das heißt, das ist ganz normal nach Alphabet geordnet, egal ob da ein Geschenk ist oder nicht. Und das ist der größte Mist. Seit dem letzten Update irgendwann funktioniert diese Sortierung nach Geschenken und Nichtgeschenken nicht mehr. Normalerweise habe ich nämlich wirklich alle, die kein Geschenk haben und wo ich nichts schicken kann, die habe ich in diesem ersten Segment schon raussortiert. Ich habe in dem ersten Moment mir schon mal Platz geschaffen und Freunde gelöscht. Und alle, die ich löschen musste, wurden hier im ersten Schritt gelöscht. Nämlich alle, von denen ich in dem Zeitpunkt kein Geschenk habe und denen ich auch keins schicken kann, weil sie nicht geöffnet haben und wir keine Interaktion haben. Leider kann ich das nicht mehr danach machen, da es ja nicht mehr sortiert wird. Also fangen wir unten an. Wir gehen auf Freundschaftslevel sortiert von ganz unten nach ganz oben. Das Dumme ist, wenn wir jetzt jemanden aus der Liste löschen, fliegt die ganze Liste wieder bis hoch und wir müssen wieder neu suchen. Das habt ihr normalerweise nicht. Wenn ihr auf Geschenke sortiert, die Leute rausnehmen, dann habt ihr immer nur die paar, die keine Geschenke haben. Wir müssen es aber jetzt so machen, ist ein bisschen umständlicher. Wir haben den Stormkiller, den habe ich heute hinzugefügt. Ich habe ein Geschenk da, ich kann ihm auch eins schicken. Bei ihm warte ich aber, morgen ist ja eh die Rage-Stunde, dass wir morgen zur Rage-Stunde was machen. Dr. Ghost hat einen blauen Hintergrund. Wir haben heute interagiert. Ich brauche von ihm also nicht öffnen. Ich könnte ihm aber ein neues schicken. Da wir aber schon interagiert haben, gehe ich erst zu den Leuten, die keinen blauen Hintergrund haben, wie Lazy Fruchtzwerg. Lazy Fruchtzwerg habe ich kein Geschenk, aber ich sehe jetzt schon, ich kann ihm eins schicken. Und das ist wichtig. Er fliegt nicht raus, weil wir haben zwar keine Interaktion und ich habe kein Geschenk, aber ich kann ihm eins schicken. Wenn er morgen mir immer noch kein Geschenk geschickt hat, und meins, was ich ihm jetzt gegeben habe, bis morgen Abend, er hat ja 24 Stunden Zeit, nicht aufgemacht habe, dann habe ich das Problem, morgen sieht es so aus. Er hat kein Geschenk da und ich kann ihm keins schicken, weil das Zeichen dran ist, dass ich ihm schon eins geschickt habe. Wenn es morgen so aussieht, würde ich ihn also rausnehmen. Typisch, Jazy hat keine blaue Umrandung. Das heißt, wir haben nicht interagiert. Ein Geschenk kann ich ihr auch nicht schicken, denn sie hat noch eins. Wäre also ein Kandidat, den ich jetzt öffne und so hat sie bis morgen die Möglichkeit, mir wieder ein Geschenk zu schicken. Kann auch sein, dass sie nach 0 Uhr mein Geschenk aufmacht für morgen. Dann haben wir morgen zwar, dann haben wir morgen einen blauen Kreisel drum und sie hat für morgen ausgesorgt. Also es müssen theoretisch immer zwei Tage vergehen, bis ihr rausfliegt. Alle, die jetzt einen blauen Rahmen haben, ignorieren wir. Die können wir alle getrost überspringen. Ich sehe das Handy, das hängt schon wieder. Wir gehen also runter. Die lassen wir alle aus, die lassen wir alle aus. Wir gucken nachher noch genauer auf den Namen. Jetzt sind wir bei Bin Bush. Bin Bush hat keinen blauen Rahmen. Ich habe ein Geschenk und ich kann ihm auch ein Geschenk schicken. Bin Bush würde aber im Level aufsteigen, denn wir haben nur noch einen Tag. Hebe ich mir jetzt extra auf, also für morgen, für die Rage-Stunde. Weil das alphabetisch ist, sind alle, die jetzt zwei, noch keine zwei vollen Sterne haben, Herzen, sind alles Levelaufsteiger. Michael Halt ist ein Levelaufsteiger. Nebels, Randy Orden, Dean Ambrose, ist schon Level 2. Ich habe kein Geschenk. Ich kann ihm kein Geschenk schicken, weil er noch eins hat. Ist ein Kandidat, auch wenn er heute erst online war, hat er trotzdem mein Geschenk von gestern nicht aufgemacht. Ich habe ihm gestern eins geschickt, weil ich keins von ihm hatte. Also hat er schon einen Tag lang mir nichts geschickt, hat den zweiten Tag jetzt mir nichts geschickt, hat den Tag von mir aber auch nichts aufgemacht. Deshalb ist das jemand, den ich dann rausnehme. Derjenige hat jederzeit die Möglichkeit, neu zu schicken. Wenn ich weiß, der war schon mal drin und wir haben einen bestimmten Stand erreicht, würde ich mit demjenigen weiterleveln. Aber manchmal sehe ich die Leute nie wieder. Jetzt also wieder rein. Was blendet hier so komisch? Wieder alle, die blau sind, die heute interagiert haben, können wir auslassen. Cause I'm Ocelot. Habe ich geschickt. Er hat nicht aufgemacht. Wir haben keine Interaktion. Wenn er heute nichts gemacht hat mit meinem Geschenk, ist nicht schlimm, da ich noch eins von ihm habe. Also öffne ich sein Geschenk. Wir haben eine Interaktion. Er wird blau angezeigt. Jetzt hat er 24 Stunden Zeit, mir morgen im Laufe des Tages wieder eins zu schicken. Kann ja sein, er möchte meins einfach als Reserve behalten. Oder er macht halt nach 0 Uhr morgen im Laufe des Tages meins auf. Selbst wenn ich dann keins von ihm habe, haben wir dann trotzdem morgen auch einen blauen Kreis und eine Interaktion. Also ist er morgen trotzdem noch safe. Schlimm wird es nur, wenn morgen 23 Uhr er meins nicht geöffnet hat und auch keins geschickt hat. Dann ist es dasselbe wie bei Dean Ambrose und er würde rausfliegen. Wir gucken weiter. Get my game ist blau. Laugenbroten ist nicht blau. Aber er hat kein Zeichen dran. Denn er hat noch kein Geschenk. Wir brauchen seins also nicht öffnen. Ich kann ihm eins schicken. Und dadurch, dass ich ihm eins schicken kann, ist er komplett auf der sicheren Seite. Denn erst, wie gesagt, wenn ich ihm keins schicken kann, weil er meins nicht geöffnet hat, öffne ich seins. Solange wie ich ein Geschenk von demjenigen habe, hat er immer nochmal einen Reservetag. Ich kann es nur nochmal betonen. Wir gehen wieder runter, überspringen die blauen, sehen, Ryu Jin, Ich kann nicht schicken, also muss ich öffnen. Jetzt wird es brenzlig, wie gesagt. Wenn er morgen meins nicht geöffnet hat, was er schon von gestern hat, und mir bis morgen aber auch nicht ein neues von sich schickt, wäre er ein Kandidat, wie Dean Ambrose, der dann rausfliegt. Simmix. Ich kann nicht schicken, denn ich habe schon geschickt gestern. Er hat nichts gemacht heute, deshalb greife ich auf sein Paket zurück. Hier sind wieder alle blau. Spree-Schnäpfe muss ich auch öffnen, weil hat noch ein Geschenk. So, dann kommen die anderen blauen. Ihr seht, dass, äh, Gottscha dreht und dreht und dreht. Hier, Killer-Noob. Killer-Noob hat auch geschrieben, hey Ramse, kannst du bitte mal mein Geschenk öffnen? Warum, Killer-Noob? Wir sind blau. Ich brauche sein Geschenk doch nicht öffnen. Wenn ich einmal durch bin, schicke ich dann auch den blauen was, dass die eben für morgen schon öffnen können. Branko ist KT. Keine Ahnung. Hat einen Tauros gefangen. Sehr schön. Ich kann ihm nichts schicken. Ich habe kein Geschenk von ihm. Er hat also zwei Tage mit mir nicht interagiert. Er fliegt raus. Das sind wieder die Leute, die dann im Stream schreiben, hey, wieso hast du mich gelöscht? Aber, ja, ich lösche nur, wenn ihr das vernachlässigt. Ich sage ja nicht, ihr müsst mit mir befreundet sein und das ist das, worauf es ankommt. Aber ihr müsst verstehen, dass viele da rein wollen. Und es gibt Leute, das allererste, was die frühs machen, wenn die die Augen aufschlagen, gucken, ob ein Päckchen von mir da ist und öffnen das. Und dann sind die fröhlich den ganzen Tag. Und abends sehe ich, aha, ich kann dem wieder eins schicken, weil er hat geöffnet. Und wer zwei Tage dem komplett egal ist, was mit mir und meinen Geschenken und mit ihm selber ist, für den ist das halt dann nicht so wichtig, in dieser Liste zu sein, meiner Meinung nach. So, wir gehen weiter. Ich finde es außerdem schade, wenn ich immer viel öffnen muss in dem kleinen Bereich, da ich gerne bei den Best Friends, Geschenke öffne, in der Hoffnung, da direkt einen Glücksfreund zu bekommen. Asultre kann ich nicht schicken, muss ich öffnen. Leider viele dabei heute zwischendurch, die ich öffnen muss. Hier ist wieder alles blau, das sieht gut aus. Je mouer. Ist nicht blau, aber hat kein Pfeil dran, heißt, ich kann schicken und er ist auf der sicheren Seite, denn ich kann ihm schicken und wenn ich ihn morgen nicht schicken kann, habe ich ja immer noch das Geschenk von ihm. Also, ihr seht, es müssen wirklich zwei Tage vergehen, bis da was passiert. Vielleicht ist das euch alles gerade ein bisschen zu trocken. Achtet auch mal auf die Buddies, wie die Buddies heißen, wer wen wo was als Buddy drin hat. Moonlight ist auch ein Kandidat. Immer, wenn ich abends 23 Uhr Geschenke mache, ist der online. Und immer, sobald ich das Geschenk aufmache, schickt er eigentlich Neues hinterher. Er behält auch immer mein Geschenk und lässt seins öffnen. Wir müssen nur mal hier drauf achten. Vier Tage ist in Ordnung. Also, Grüße gehen raus an Thomas Rote. Ich mache natürlich seins wieder auf und er schickt bestimmt dann auch gleich wieder nach. Hier aus Gera, Thüringen. Jetzt sieht es brenzlig aus, aber er hat das im Überblick. Er schickt immer dann direkt wieder nach. Chaos Tourist. Gerade wenn es jetzt hier auf den Level Aufstieg zugeht, müssen wir immer schauen. Zwei Tage. Das ist zum Beispiel auch ein Kandidat, den habe ich geschickt. Der hat mir geschickt. Wenn ich seins öffne, ist es nur noch einen Tag und dann zieht er mich morgen ab. Aber nicht zur Rage-Stunde, sondern kurz davor. Das wäre ein Kandidat mit so einem, wo ich mich nicht absprechen kann, würde ich warten bis zum C-Day. Wenn morgen C-Day wäre, würde ich jetzt seins öffnen und nach den Geschenken mein Handy ausmachen und erst am C-Day um 11 wieder anmachen. Denn wenn er dann um 5 Uhr geöffnet hat oder um 10 Uhr oder um 11 Uhr beim C-Day, kriege ich ja trotzdem um 11 Uhr, wenn ich dann erst in die App reingehe, die Punkte dafür. Und dann passt das schon. Da morgen aber kein C-Day ist und ich nicht den ganzen Tag aus der App rausbleiben kann, lassen wir seins zu, ignorieren das. Tobias Jan hat zwei dem schicke ich. Ich glaube, der vertraut mir. Der wird sicherlich auch öffnen, sodass dann nur noch eine Interaktion nötig ist. Gut, bei ihm könnte ich jetzt eigentlich aufmachen und könnte sagen, yo, öffne du morgen in der Raid-Stunde, dann sind wir Stufe 3. zu ihm habe ich ja den Draht. Das könnte ich eigentlich machen. Da muss ich aber schon wieder eins aufmachen. Nein, wir machen jetzt keine, den kennt man, der hat da einen Vorteil. Wir machen so, wie ich es immer mache. Jetzt müssten alle kommen, die sowieso nur noch einen Tag haben, die wir also alle zulassen müssen, weil die alle irgendwann am C-Day aufsteigen. Das ist alles schön sortiert nach Alphabet und geht runter bis T-J Jomro genau und geht dann mit B-Maleso weiter. Ich kann nicht schicken, ich muss öffnen. Ist immer problematisch, wenn ich öffnen muss. Wenn ich öffnen muss, haben die schon ein von zwei Tagen Inaktivität, wenn man es so nimmt. Am besten ist immer, ihr öffnet meins. Dann seid ihr auf jeden Fall länger auf der sicheren Seite. Hier haben wir jetzt viel. Ah, Miss Faradjan. Das Taubsy-To-Go Taubsy-To-Go hat heute aber Bescheid gesagt. Komischerweise hat er trotzdem hier nichts dran. Ist aber jemand, der trotzdem schon viel für die Community für euch getan hat, der einen Account reingesteckt hat zum Losen, da nehme ich mal Rücksicht drauf. Er hat ja auch Bescheid gesagt, wenn ich weiß, dass da was ist, ist das was anderes. Hey, Ramses, du Cheater. Webersse. Kein blauer Kreis, das heißt, wir machen wieder auf. Ich glaube, so viel musste ich noch nie aufmachen. Eier aus HD, Burkhardt. Den Burkhardt machen wir auch auf. So, Oldenburg und Dagrai. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt sieht's doch schon gut aus. Ich glaube, gleich kommen schon die besten Freunde. Rap14. Wer kennt ihn nicht? Rap14, der so oft gewonnen hat und gemacht hat. Ihn müsste ich eigentlich jetzt auch raustun. Denn er hat nichts geschickt, ich kann nichts schicken, aber wir sind fünf Tage vor beste Freunde und ich habe Kontakt mit ihm, deswegen drücke ich da natürlich auch ein Auge zu. Das ist schon wieder unfair, ich weiß. Jetzt müssten wir alle haben, die nur noch einen Tag brauchen. Ich gucke mal kurz drauf. Wenn ich morgen mit Burkhardt, also Raide, steigen wir bei der Raidmania auf. Beziehungsweise, bis ihr das Video seht, ist sowieso ein ganz anderer Tag. Die ignorieren wir also alle und gehen bis dahin, wo die besten Freunde sind. So, Accept I'm Jesus, haben wir vorhin geklärt. Captain Obstgarten ist gestern aufgestiegen als Lucky Friend. Er hat sich leider noch nicht bei mir gemeldet. Ich weiß leider nicht, wer er ist. den habe ich öfters im Stream gesehen. Ich dachte, er schreibt mir dann irgendwo mal, aber wenn er sich jetzt eine Woche lang nicht meldet, dann werde ich den wahrscheinlich löschen, auch wenn er Glücksfreund ist, weil es bringt mir ja dann nichts, wenn wir nicht zueinander finden. Ich bin der Nils, dem kann ich zum Glück was schicken. So hat er nochmal Glück gehabt, ne, und fliegt nicht raus. So, alle besten Freunde, die jetzt kommen, öffne ich, weil ich gerne möchte, dass hiervon noch einer Lucky wird und weil ich es immer besser finde, wenn ich in der Liste Leuten Geschenke schicken kann und die von denen behalten kann, aber bei den Best Friends ist es egal, bei den Best Friends mache ich auf, weil da kann ja nichts nochmal steigern, da kann man kein Level abverpassen oder irgendwas. Deswegen mache ich die auf, dass ich den anderen die Aufsteigen geben kann und hier, die eh schon am Maximum sind, kriegen nur die Geschenke, mit denen nichts passiert ist, aber hier, die Frau Carina kann ich aufmachen, der Geige ist auch da, ihr seht, das Handy, das hängt schon wieder ein bisschen. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt noch einen Lucky Friend dabei hätten. Ich sehe, ich überspringe auch immer die Animation, ich warte nicht, bis das Geschenk aufgeht. Normalerweise dauert das ja so lange. Es fliegt da hin, ihr drückt dann auf den Öffnen-Button, dann öffnet sich das so, die ganzen einzelnen Items kommen raus, werden euch angezeigt, es vergehen drei Jahre und dann könnt ihr zurück. Oh, ist sogar, was haben wir das? Lebergaspizza. Jetzt so spät oder was? Ja, das setzt wieder an. Ist sogar Lucky Friend geworden. beim Serbs zeige ich es euch nochmal. Wir drücken drauf auf den grünen Knopf und gehen gleich unten auf dem X zurück. Ihr seht, das ist trotzdem der blaue Kreis drum. Die Interaktion hat gezählt, das Geschenk ist auf, aber wir haben die Interaktion übersprungen. So geht das natürlich schneller. Kumulos haben wir hier den Kotzfader, aber der ist blau. Karsten. Machen wir auch auf. Wunderbar. Alles wird geöffnet mit seinem Lavados. Homas, Julien, alle dabei, der, der da ist. So. Mhm. Blau, blau, blau. Ramdusch. Schon lange kein Raid mehr zusammen gemacht mit dem Ramdusch. München, Bayern, die Ochse ist ja da drin. Hier, Ingo, Riese, Bremerhaven. Und ich freue mich immer, wenn dann die Meldung kommt, dass ich keine Geschenke mehr öffnen kann, weil ich zu viele geöffnet habe und mich nur noch aufs Verteilen konzentrieren kann. Manchmal habe ich hier alles geöffnet, was noch nicht blau war und kann immer noch Geschenke öffnen und dann muss ich bei den Leuten mittendrin öffnen. Und das ist dann immer problematisch, weil dadurch nehme ich denen wieder einen Tag weg, sozusagen, wenn ich bei denen das Geschenk schon aufgemacht habe, obwohl ich denen schon was geschickt habe. Dadurch klaue ich denen ja sozusagen einen Tag. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dulli Squad können wir auch noch öffnen. Das ist also das Das erste wäre also das Aussortieren von den Leuten ohne Geschenke, was momentan nicht mehr geht. Das zweite seht ihr ja ist dann die Liste durchgehen und den schicken, den man schicken kann, die nicht blau sind. Das dritte sortiere ich die Liste nochmal andersrum. Jetzt sind alle blauen da, um die zu bestücken. Weil ich habe jetzt die, die nicht blau sind, entweder was geschickt oder geöffnet. Und jetzt kann ich also auch denen schicken, die schon blau sind. Das sind meistens die, die sowieso sehr aktiv sind und immer öffnen. Und so kriegen die schon ein Geschenk für den nächsten Tag. Und wenn die an dem nächsten Tag aber nicht öffnen, habe ich ja trotzdem von denen. Deswegen ist für mich jetzt wichtig, dass ich nur denen ein Geschenk schicke, von denen ich selbst auch noch eins habe. Das geht aber meistens auf. Ich meine hier oben, das sind eher alles meine Accounts. Dem Kalsari kennen, der hat mir zwar keins geschickt, aber der öffnet auch jeden Tag und den kenne ich auch sehr gut. Deswegen kriegt der natürlich noch eins hier. Aber normalerweise schicke ich dann immer nur den, von denen ich auch noch ein Geschenk habe. Denn sonst kann es ja sein, nehmen wir mal typisch Andy, der ist jetzt blau. Also wäre der für heute ja gut. Wenn ich ihm aber jetzt schicke, für morgen, und er morgen das nicht öffne, dann sehe ich morgen Abend. Ich habe keins von ihm. Er hat meins nicht geöffnet und schmeiße ihn raus. Obwohl er heute reagiert hat, würde er morgen fliegen. Da ist ja die Regel mit den zwei Tagen nicht mehr drin. Deswegen hätte ich jetzt noch ein Geschenk von ihm und ich könnte ihm jetzt schicken und er macht morgen nicht auf. Kann ich ja immer noch seins aufmachen und dann sind es wieder die zwei Tage, die vergehen müssen. Deswegen gehen wir dieselbe Liste wieder durch und geben den Leuten jetzt Geschenk von denen ich selbst auch ein Geschenk habe. Gut, beim Adi brauche ich nicht. Kryptosafir, da können wir noch machen. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin gerade selbst durcheinander. Ich müsste jetzt eigentlich rein und müsste den Leuten schicken, die noch nicht Best Friends sind. Das müssen wir erst mal machen. die Leute, die noch nicht Best Friends sind, die im Level noch aufsteigen können, die müssen erst mal das Geschenk kriegen, wenn sie heute blau waren und übersprungen wurden und mir ein Geschenk geschickt haben und wenn ich mit denen durch bin, bis unten fange ich dann wieder von oben an und gebe dann oben den Best Friends, die blau sind und von denen ich geschenkt habe, was mit. Wir müssen also hier zu denen. Da ist nur noch ein Tag, da fehlt noch was. Der erste wäre also Julián, den man vermisst. Von dem habe ich geschenkt, der ist blau, der kriegt aber schon ein Geschenk für morgen, weil trotzdem die Zwei-Tage-Regel eingehalten wird dadurch. Versteht ihr das? Also das ist eine Wissenschaft für sich. So ist trotzdem gewährleistet, dass man zwei Tage Inaktivität braucht, um zu fliegen. Dass man trotzdem theoretisch jeden Tag ein Geschenk bekommt. und wir schaffen es sogar meistens die Liste komplett wieder bis unten durchzugehen. Denn alle, von denen ich jetzt ein Geschenk habe und die blau sind, mit denen habe ich ja heute interagiert. Und dadurch, dass die alle jetzt noch ein Geschenk kriegen für morgen, würden die auch, wenn sie aufmachen, morgen mit mir alle interagieren. Und so passt es ja, dass man nicht alle zwei Tage nur mit mir interagiert, sondern eigentlich jeden Tag mit mir interagieren kann. Obwohl man 200 Freunde hat, aber nur 100 Geschenke verschicken kann. Deswegen ist das wichtig, solange ich ein Geschenk von denen habe, dass ich denen ein Geschenk schicke. Und wenn jetzt wirklich blau ist, aber ich kein Geschenk habe, dann lasse ich den aus. Dann hat er den Puffer, dann soll der den einen Tag ist okay. und dann geht es halt am nächsten Tag weiter, sodass der trotzdem mindestens zwei Tage braucht. Ey, das klingt, wenn ich das selbst so vor mich hin brabbele, klingt das übelst kompliziert, aber wie gesagt, da steckt was dahinter. Irgendwas steckt dahinter, ich weiß auch nicht. So, ihr seht auch immer, durch das Gottscher Evolve werden jedes Mal wieder Stops gedreht und Geschenke kommen rein. Wenn ich irgendwann keine Geschenke mehr aufsammle, sieht man ja, dann liegt das entweder daran, dass der Beutel voll ist, dann dürften aber gar keine Items mehr kommen, wenn aber Items kommen, ohne dass Geschenke mitkommen, dann bin ich entweder zu langsam beim Verschicken und die 20 sind voll im Inventar, wenn ich aber eins raus geschickt habe und trotzdem kommen keine mehr rein. Hier Burkhard lassen wir aus, aber das ist auch neu, das wurde sonst nie angezeigt, jetzt wird es angezeigt. Wir gehen also nur zu den blau umrandeten, von denen wir ein Geschenk haben und die kriegen jetzt was. Beziehungsweise sonst wurden die Pfeile nicht angezeigt, da wäre ich auf den Burkhard drauf, weil er blau ist, hätte versucht zu schicken, hätte dann gemerkt, dass ich nicht schicken kann, aber durch diese Aktualisierung wird euch jetzt schon angezeigt, dass noch ein Geschenk von euch hat. Das ist eigentlich eine gute Neuerung, was halt nicht gut ist, ist, dass die Sortierung nach Geschenken und Nichtgeschenken nicht mehr funktioniert, sondern es einfach alphabetisch anzeigt. Wir müssen jetzt so lange das machen, bis 100 Geschenke verschickt sind, beziehungsweise am Stop aufgesammelt wurden, sodass er keine Geschenke aus den Stops mehr kriegt und wir keine mehr verschicken können. Das zieht sich dort, wie gesagt, eine halbe Stunde bis zu einer dreiviertel Stunde und das mache ich dann jeden Abend und immer, wenn ich einen Account hatte und einen Account verlosen wollte, einen Community Account, einen Ramses Kitchen Account, einen ja, was gab es noch? Keine Ahnung, habe ich sogar das bei zwei Accounts gemacht, dann habe ich eine Stunde bei dem Geschenke gemacht und eine Stunde bei dem Geschenke gemacht, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, ich finde Geschenke machen einfach ultra entspannend und ultra cool, weil jeden Tag das ist wie Russisch Roulette, der eine der fliegt einfach raus und ihr habt den Tag vorher noch gedacht, mit dem werdet ihr Best Friend, der zieht immer durch und plötzlich ist er weg vom Fenster und ist raus, das war's und andere die überholen die nächsten wieder, andere die sind plötzlich so aktiv, die habt ihr nie auf dem Schirm und die mogeln sich da durch, schmuggeln sich bis ganz an die Spitze, dann macht ihr Best Friends auf und plötzlich habt ihr da einen Glücksfreund, da ist einer dabei, ihr habt wieder eine Überraschung da, ich würde auch meine momentanen Glücksfreunde dazu nutzen, Heatrain zu traden, also ich würde momentan Heatrain nehmen, da ich von diesem Pokémon einfach gerne immer noch einen Shiny, ach, einen 100er möchte, morgen ist zwar die die Raid Stunde, deswegen ist vielleicht ganz gut, dass sich der Kollege Captain Obstgarten noch nicht gemeldet hat, denn wenn er mit mir eins getauscht hätte, und dann kommt ein 100er dabei raus, und in der Raid Stunde fange ich sowieso einen 100er, dann wäre das ja Quatsch, da hätte ich ja in der Raid Stunde das 100er mitgenommen, und hätte mir von ihm was anderes geholt, das sind die, die müssen wir jetzt alle zulassen, weil die alle nur noch einen Tag brauchen, das sind die ganzen die dann beim C-Day aufsteigen würden, alles alphabetisch geordnet, wir gehen also runter bis O-P-Q-R-S-T-J und sind angelangt beim Butze-Wutze, beim Butze-Wutze, guck mal kurz, ob der zwei stehen hat, hat er, wir schicken ihm eins, und wenn er morgen öffnet, haben wir bei ihm auch nur noch eins als in der Aktion, die nötig ist, aber wir haben ja ein Geschenk von ihm, das heißt, wir haben es dann in der Hand, kann natürlich sein, er öffnet aber jetzt gar nicht mehr, dann haben wir diese Zwickmühle, wer zuerst öffnet, hat verloren, aber dann würde ich es wieder bis zum C-Day aufheben und am C-Day die Nacht davor seins öffnen, in der Hoffnung, dass er das, was ich ihm gegeben habe, am C-Day öffnet, darauf verlasse ich mich dann immer, so wie wir es hier beim Chaos Tourist haben, Grantik muss auch einer sein, der wohl hier aus Hibu kommt, der sitzt immer hier in den Arenen und schickt immer Geschenke von hier, ist auf jeden Fall nach Tara, nach Tara ganz klein geschrieben, ich wie soll ich eigentlich die anderen ganzen Leute nicht vorgelesen, das ist ja voll gemein, auf jeden Fall habt ihr jetzt viel mehr Zeit euch mit den Leuten zu beschäftigen, hier Senfgürkchen und Mehlthahn, wird natürlich nicht angezeigt, wenn ihr euch in der Freundschaftsliste gefunden habt oder gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare, ich glaube, ich habe aber trotzdem, jetzt bin ich vor der Zwickmühle, ich kann ja trotzdem immer noch Geschenke öffnen, ich bin ja noch nicht am Limit, dann probieren wir es jetzt mal mit dem Tobias, der hat ja ein Geschenk von mir, ich öffne jetzt mal seins, so, in der Hoffnung, dass er meins morgens zur Raidstunde öffnet und das dann passt, normalerweise mache ich sowas ungern, wie gesagt, kann ja sein, er geht frühs rein, hier Geschenk, macht auf, guckt nicht drauf und um 8 kommt der Level Aufstieg und dann ist alles verkackt, so geht das etlichen und diesen Moment hasse ich jetzt, dass ich eben noch Geschenke öffnen kann, was ich gerne eben bei den Best Friends mache, da kann nichts passieren, aber wenn ich jetzt hier zwischendurch ein Geschenk öffne, dann komme ich irgendwo immer ins Hintertreffen, ne, irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich dann einen Nachteil, wenn jemanden habe, hat er noch einen Puffer, hat er noch eine Sicherung, wenn ich aber Geschenk von jemandem öffne und ihm schon eins geschickt habe für morgen und er morgen nicht aufnimmt, dann hat er ja machen wir auch den auf, den wir unten neu dazubekommen haben, der Level eins aufsteigt, das ist nicht so schlimm, da verzichten wir halt mal auf 3000 Punkte, nehmen den einfach mit, dann dürfte das auch passen, Shiny Meister, Wodka Hondas, Coke, alles dabei, es wäre schön, wenn man natürlich beim Verschicken immer irgendwo eine Anzeige in der Nähe am Rand hat, wo dann dort steht, 70 von 100, 71 von 100, dass ihr ungefähr wisst, wie viele Geschenke ihr noch verschicken müsst, wie viele ihr noch verschicken könnt, und vor allem, wie viele ihr schon aufgemacht habt, und wie viele ihr noch Gemüe ist zum Beispiel so ein Fall, habe ich vorhin geschickt, oder? Wenn ich natürlich jetzt öffne, ist ein Puffer weg, und er muss morgen meins öffnen oder ein neues schicken, aber damit würde ich ihm einen Tag klauen, vielleicht verzichte ich auch drauf, das Maximum von 30 zu öffnen, nicht, dass der Chemüe dann durchdreht und sagt, Dusch, Dusch, Lampe, ne, habe ich mir extra gekauft, weil es immer so dunkel war, in der Dusche, und deswegen habe ich mir da eine Lampe hingestellt, alles wird gut, Account 2 Schilling, vor allem frage ich mich, welcher gestörte sich das Video sowieso komplett anguckt, obwohl ich nur hier sitze, und Geschenke öffne, das ist doch eigentlich, das ist doch nichts, Timo und Sumpex, okay, ich fand es lustig beim Gabriel, der hat in letzter Zeit immer so ein Buddy rein, da stand dann einfach dort immer, Bubi, und Bübchen, manche haben auch immer hier Fanks, Ramses und so, oder Ramses, YouTube, also JT, Gabriel hat früher auch immer viel auf die Dicken drinstehen gehabt, oder Ramses und Isbo, und lauter so coole Sachen, ist schön, wenn man manchmal bei den Buddys sieht, dass da irgendwo man benannt ist, saa, Felix, Evoli, X, die ganzen Xer, außerdem haben wir ja jetzt 96 von 99, das heißt, wir können noch drei Personen dann annehmen, ich weiß nicht, ob ich drei annehme, die jetzt in der Liste sind, oder ob ich einfach warte, wenn morgen die Raidstunde ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich dieses Video online stecke, aber ich könnte auch drei Plätze freilassen, wenn in der Raidstunde wieder welche ihre Codes reinposten und schreiben, oh, ich kann keine Raids machen, hat jemand Zeit, kann mich jemand etten, dass ich live im Stream drei Leute mit dazu nehme, das würde natürlich auch gehen, Official Louis, ah, der PC macht komische Geräusche, Garaboss mit Capuno, mit seinem Spitzkopf, hui, ihr seht, das zieht sich, Wasserraupe, nehmen wir natürlich auch mit, mit Psyana, ganz in schwarz, aber gelbes Team, JS22, FCM und Dialga, was habt ihr gerade als Buddy? Ja, dumme Frage, wenn ich lesen würde und besser aufpassen würde, dann würde ich es ja bei jedem sehen, den ich als Freund habe, Max verkackt mit Cognodon, so, Marco bei mir, Beime, hat auch letztens geschrieben, hä, warum hast du mich gelöscht, aber ist wieder drin, ich habe gesagt, schick doch einfach neu und dann passt das und es hat gepasst, Rudi, Russelix, 100 Elabras, wofür steht das El? Get my game, Laugenbroten ist aber trotzdem relativ aktiv, auch in den Raidstunden oder so immer, ich glaube, bei ihm, legen wir es mal drauf an, dass wir öffnen und ihm den einen Tag klauen, denn der agiert sicherlich in der Raidstunde mit mir und wenn nicht, weiß ich, Laugenbroten, der ist auffällig, dass ich ihm dann noch einen Tag extra Frist zugestehe, Pixler Army, da kommt auch dann der Crazy O, das läuft diesmal besser, seitdem er raus war, wir schon beste Freunde waren, er jetzt wieder reingekommen ist, seitdem macht er auch jeden Tag seine Sachen, ich weiß gar nicht, ob ich den auch mal zu einem Raid einladen sollte, ich weiß nicht, ob der Raids macht, ich glaube, der kann bei sich sowieso keine machen, hier Baumrucker, ist auch richtig stark, ist auch jemand, der ganz viel raidet und immer Duo-Raids auf seinem Kanal hochlädt, alles, Wagemut, Elite, wem das was sagt, wer das kennt, scheiße, denkt sich jetzt Baumrucker, Ramses ist ein Cheater, den muss ich löschen, immer am Raiden, ich habe leider, wir wollen Raiden nicht mehr gefunden, bei den Anfragen, sonst hätte ich den natürlich auch angenommen und mit reingepackt, so, und je mehr Leute wir nämlich haben, die einen Levelaufstieg haben, desto weniger Leute bestücke ich hier, da können wir wieder was drauf geben, und desto mehr Geschenke habe ich auch übrig, wieder für die besten Freunde oben, steht ihr, wenn man am Anfang jedem eins schickt und plötzlich steigen 50 auf, die man dann nicht bestückt, hat man ja 50 übrig, für wieder 50 andere, die man vorher nicht gemacht hat, ich bin Daniel, okay, wer bist du, Bohrmaschinen, Rihonja, die Bohrmaschinen, wer kennt's nicht, Leonie 95, und Feini, Scheini, ein Rai Quaser, hier, Tick, Tick Klonkeks, Level 40, Team Gelb, ist auch einer mit drei Accounts, die ich gleichzeitig angenommen habe, weil mir das aufgefallen ist, so ein Dreierkombo, hier, Tick Keks, Tick Keks, Tick Klonkeks, auch Level 40, und Tick Keks Lord, auch Level 40, auch Team Gelb, Burkhard hat ja auch drei Accounts immer gehabt, äh, typisch Jassi, Dr. Ghost, Dr. Ghost und Raki, Junge, 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 Stormkiller, yeah, ach komm, ich mach ne auf, wen soll ich sonst aufmachen, ich weiß es nicht, jetzt hätte die Meldung kommen müssen, dass ich ne nicht aufmachen kann, und, ne, dem schicke ich jetzt nix, wir haben ja, ich hab ja geöffnet, ist trotzdem doof, weil ich bräuchte, ich muss trotzdem immer noch Leute öffnen, weil ich immer noch öffnen kann, jetzt würde der Part kommen, die vierte Phase, wenn es die vierte Phase überhaupt ist, dass man jetzt den besten Freunden, die blau sind, was schickt, für die weiteren Interaktionen, weil wichtig ist erstmal die Leute, die noch aufsteigen können, und wenn man dann noch Geschenke übrig hat, die Leute, die schon Stufe 4 sind, und mit denen man dann, äh, äh, mit denen man dann Glücksfreund werden kann, angefangen hier nämlich, mit Extreme, Bierbanny und so, die werden dann da alle, eingespeist, abgespeist, da ist es mir in dem Moment auch egal, ob ich von denen ein Geschenk hab, oder nicht, weil die meisten davon, sind sowieso safe drin, und werden behalten, und wenn wirklich Namen, mit denen ich nicht wirklich was anfangen kann, Captain Obstgarden, wie gesagt, wusste ja nicht, wer das ist, hätte ich eigentlich raus, aber der hat, nachdem wir Stufe 4 waren, jeden Tag, fleißig geschickt, und jetzt haben wir den Salat, wir sind Stufe 4, wir sind Glücksfreunde geworden, und ich kann mich nicht bei ihm melden, ich muss drauf warten, dass er sich bei mir meldet, und wenn er das nicht macht, dann hab ich die Arschkarte, ich hab schon mal zwei Glücksfreunde gehabt, die hab ich nach zwei Wochen, rausgeschmissen und entfernt, deswegen hab ich dann gesagt, wenn ich beste Freunde krieg, aber nicht wirklich weiß, wer die sind, dann schmeiß ich die raus, und viele schreiben dann mal, in den Streams, jo Ramses, aber wenn wir beste Freunde sind, dann bitte behalte mich, und sortier mich nicht aus, das ist ja schön, aber, wenn die Leute sich dann trotzdem nicht bei mir melden, wenn die das sehen, ich mein, bei mir steht ja immer alles da, Facebook, Discord, Telegram, Instagram, die wüssten ja, wo sie mich erreichen, wenn ein Google Konto irgendwo im Stream, was geschrieben hat, der Name da anders ist, als der Ingame Name, und ich trotzdem keine Ahnung hab, wer die eigentlich sind, und wie man die erreicht, ja, dann bringt das halt nichts, deswegen, wer Captain Obstgarten, den hätte ich normalerweise aussortiert, aber in letzter Zeit, ist es so schön gelaufen, dass ich dachte, lass halt mal ein paar drin, schon denke ich wieder, es war ein Fehler, weil ich jetzt da stehe, und eben nicht weiß, äh, ja, wer ist das, wie komme ich an den ran, hier sind viele dabei, da habe ich mir auch Notizen gemacht, WA steht zum Beispiel immer für WhatsApp, da weiß ich, wenn ich Dragonite bei WhatsApp eingebe, finde ich den, oder hier, Humpen, Mr. Alex Hotte, ach, Alex Otte, da weiß ich dann, da kann ich bei Facebook zum Beispiel gucken, nach dem Namen, komme aufs Profil, bei manchen, Elke Kaiser steht ja auch da, die schreibt es ja auch immer unter die Kommentare, bei YouTube, finde ich auch bei Facebook immer, manche haben Telegram Namen, manche haben Instagram Namen, da habe ich mir dann auch noch ein paar Kürzel dahinter gemacht, also ich versuche bei den Leuten, die ich behalten möchte, wirklich dann, sobald ich weiß, wer die ungefähr sind, wie hier, Stefan FB, es gibt halt nur einen Stefan auf ganz Facebook, ne, deswegen einfach nur Stefan FB, deswegen versuche ich mir da immer was hinterzumachen, hier, The Sören, The Postman, ne, dass das schön eindeutig ist, ich meine, mittlerweile kennt man diese Standardbesetzung in- und auswendig, und weiß ganz genau, wer wer ist, aber bei manchen, die neu sind, muss man sich noch reinfuchsen, dann macht man sich halt noch was dran, Poke Felix, wüsste ich nie, wie ich den finde, schreibe ich Felix Insta, wenn ich in Instagram Felix suche, habe ich dann auch 20.000 Leute dastehen, Julchen habe ich ja auch in WhatsApp, ist also kein Problem, das ist sowieso die beste Methode, wenn man die Leute in WhatsApp hat, mit dem Spielernamen direkt, dann findet man die direkt, muss nicht irgendwo rumsuchen, und so wie es aussieht, weil es dreht immer noch die Stops, aber es kommen keine Geschenke mehr rein, habe ich wohl, hä, ich habe doch gerade das letzte Geschenk verschickt, und schon sind wieder drei da, das muss man nicht verstehen, gut, vergesst einfach alles, was ihr gerade gesehen habt, es geht fröhlich weiter, es hängt fröhlich weiter, vielleicht liegt es einfach daran, genau, Karsten, ich müsste trotzdem noch welche aufmachen, im Endeffekt sind es nur noch eins oder zwei, die ich aufmachen muss, um das Limit zu erreichen, erstmal müssen wir das Limit fürs Verschicken erreichen, wenn ich natürlich so weitermache, bin ich bei den besten Freunden auch durch, und dann haben morgen auch alle Freunde wieder aufgemacht, und dann muss ich keinen der besten Freunde selber aufmachen, und dann muss ich wieder Leute aufmachen, die keine besten Freunde sind, was ich eigentlich ungern mache, jetzt sind wir aber das zweite Mal am Punkt, dass wir nichts mehr verschicken können, und sind glaube ich jetzt ganz durch, Leberkast, Pizza habe ich auch leider keine Ahnung, wie ich den erreiche, ich hoffe, er erreicht mich und schreibt mich irgendwo an, genauso wie Captain Obstgarten, ich muss irgendwas, muss ich aber noch aufmachen, am besten war es natürlich, was keine Interaktion hatte, das wäre halt am schlauesten, das ist das letzte, was wir jetzt noch machen, wir scrollen also durch, wir lassen es halt einfach drauf ankommen, wenn wir einen finden, der noch nicht blau war, hier 10er Schafes, achso, nee, der steigt ja auf, 10er Schafes, Agi Halmi, müsste auch 1, na 1 stehen haben, ja 1 genau, hat auch ein, ein Geschenk, könnte theoretisch morgen aufmachen, CCDE, GJK, Elemente, OPQ, Jomro, jetzt hier, bei Chaos Tourist, wollen wir es mal drauf anlegen, dass der Chaos Tourist, hoffentlich morgen, in der Raid Stunde öffnet, also öffnen wir ihn, wenn wir noch öffnen können, und wenn er nicht zur Raid Stunde öffnet, sondern einfach tagsüber, dann fliegt er raus, ich sag's dir, morgen ist Raid Stunde, der wird doch wohl so schlau sein, dann in der Raid Stunde, das zu öffnen, wenn er es öffnet, zieh mich bitte nicht ab, ich weiß nicht wer du bist, haben wir sonst noch was, das wäre jetzt natürlich genial gewesen, wenn das Maximum erreicht wäre, und ich es nicht hätte öffnen können, dann nehmen wir halt den, Jemuel, auch noch mit, jetzt sag mir aber bitte, Limit erreicht, nein hat's nicht, er ging auch noch, Jemuel, guck doch mal, man hat wirklich mit jedem, mit fast jedem interagiert, außer die, die zu Hyperfreunden oder so aufsteigen, und das ist halt eine richtig gute Sache, deswegen geht's auch fix voran, gerade wenn man einen neuen Account macht oder so, die steigen auch wieder auf, die muss man lassen, hier die sind alle blau, also, ich kann gar nicht mehr machen, ich bin schon wieder durch, und ich könnte theoretisch immer noch Leute öffnen, aber ich brauch keine Leute öffnen, weil alle schon durch sind, und ich würde sagen, wir nehmen trotzdem mal drei an, deswegen gehen wir noch auf die erhaltenen Freundschaftsanfragen, das Handy macht nichts, Handy jetzt, lass mich nicht hängen, und hör auf hier, schon wieder Einblicke zu geben, 89 Freundschaftsanfragen, wen haben wir denn jetzt, es geht halt einfach nicht, oder, wenn ich auf Freunde einladen gehe, funktioniert's, aber so geht's nicht, jetzt, Brezl, Huwe, Hessler, Fordi, Kass, Maddox, SGE, Parra, De Katzhoff, eine Katze im Suff, weiß ich nicht, den nehme ich mal an, De Katzhoff, Daniel Habubi, Werder Bremen 3, Lennart, Kalle, Splashking, oh, das Handy ist knüppelheiß, Dödel, Erlin, Pyro, Gargamel, Gargamel hat mir heute ein Abo gegönnt, der war im Stream da, da weiß ich wenigstens, dass das ein Zuschauer ist, kann ja sein, manche, die haben einfach nur irgendwo irgendwas gefunden, äh, Niko King, keine Ahnung, JJ irgendwas, Puma Pokémon, Blau, Gelb, einen haben wir noch, einen können wir noch annehmen, Finn Bob Elite Master, Maria, es hängt und hängt und hängt, Alex the Great, Lord Andy, Fabian Huawei, Fabian Huawei, wieso nicht, cooler Name, nehmen wir auch mal mit, jetzt haben wir wieder 199, so, ach du meine Fresse, das Video geht gleich 50 Minuten, so ungefähr läuft jeden Abend, die Geschenke-Session ab, wenn ich Geschenke mache, sitze ich wirklich halt, eine halbe bis dreiviertel Stunde da, und gehe 20 mal die Liste durch, erst, erst wird an die verschickt, mit denen nicht interagiert wurde, wenn ich nicht verschicken kann, an die nicht interagierten, dann öffne ich die, dann geht es weiter, von oben nach unten, dann kommen die, mit denen interagiert wurde, wo ich aber neu hinschicken kann, und dann kommt es bei denen, die Best Friends sind, wo es egal ist, ob interagiert ist oder nicht, aber ich versuche immer Best Friends erst zu öffnen, die Öffnungen dahin zu verschieben, weil das, ist eine Wissenschaft an sich, wir lassen das einfach, wie macht ihr Geschenke, macht ihr auch immer Geschenke, schreibt es mal in die Kommentare, das war es glaube ich von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses, Bis zum nächsten Mal,